Stink Chameleon, den einzigen Namen, den ich wirklich weiß. Ja, abhärmlich, oder? Ich bin der Hoffnung, dass wir das diesmal auch komplett schaffen, ne? Hey! Puh. Und wo hier konnte man, glaub ich... Ach stimmt, hier war ja nun dieser Zwischengegner und dann ist ja irgendwas passiert, ich weiß noch nicht mehr was. Ah, okay. Du bist grad irgendwie ziemlich eintönig. Hey, mach mal was anderes. Ah, verdammt. Ja, ja. Mach mal hier weiter. Könntest du ruhig mal angreifen. Danke. Verdammt. Hm, das ist uncool. Das war cool. Na ja, er fängt an zu rauchen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ja vermutlich bald in den Abgründ beißt. Könntest du jetzt mal bitte... Huch, da hat er mich berührt. Verdammt. Uah! Das war grad ziemlich knapp. Danke. Genau das meinte ich. Hallo X, ich bin's mal wieder. Dr. Valdi. Ne, Quatsch, du warst der andere Professor. Dr. Light, genau. Nein, gib mal. Booms. Was bekomme? Die Rüstung. Schön. Damit machen uns die Sachen weniger Schaden. Ihr seid komisch, ihr Gegner. Deswegen lasse ich euch einfach so gut es geht aus. Ich rasche jetzt einfach durch und lasse euch links liegen, so. Denn wir haben's eilig. Hui, wui, wui. Ach, an dem kann man auch einfach vorbei. Umso besser. Komm mal, einfach hier oben weiter. Dup, 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 dup. Hui. Meine Rüstung geht gleich kaputt. Ach, weißt du was. So. Hier oben ist nix. Okay. Dann gehen wir noch zu dir rein. Ich weiß gar nicht. Irgendwie haben die nicht mehr was zu sagen. Hallo, mein Freund. Stink-Chameleon. Dich konnte ich noch nie leihen. Weißt du das? Ehrlich? Noch nie. So, ich warte erstmal deine erste Attacke ab. Zum Glück sind das keine Instant-Dev-Stacheln. Ähm, was? Hat mich da grad getroffen? Ach, die Stacheln da oben, vermutlich. Was, Hölle? Du wirst schneller, hab ich das Gefühl. Ja, die Stacheln da oben machen. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir das überleben. Wieso wusste ich, dass das jetzt passiert? Na gut, ich will das Spiel nur durchspielen. Da wird keine Challenge gemacht. Na gut. Ich hoffe mal, dass das seine Schwäche ist. Wir können sie nicht aufladen. Das ist schon mal schlecht. In anderen Teilen kann man die aufladen. Glaube ich, ab einem bestimmten Teil. Da ging das mit einer bestimmten Muffe. Ich bin grad unschlüssig. Na komm her, meine Kleine. Es ist nicht seine Schwäche. Vielleicht Eis? Auch wenn ich das grad mal stark bezweifle. Ja, wie schon gesagt, ich bezweifle das stark. Dann bleibt mir wohl nur der. Verdammt, in die falsche Richtung. Ja, schade. Noch getroffen. Nochmal getroffen. Wie schön. Ja, das kannst du jetzt die ganze Zeit mal, ne? Ist kein Problem mit. Oder etwas anderes. Von mir aus. Aber nicht die Zunge, die ist eklig. Oh, du kommst runter, na dann. Was machst du jetzt? Oh ne, nicht wieder zu mir kommen. Ich hab dir gesagt, nein. Es ist daran nicht zu verstehen. Hä? Na. Immerhin haben wir ihn noch einmal getroffen. Verdammt. Verdammt. Komm. Runter. Oder mach mal was Sinnvolles. Booms. Da, bitte. Das war jetzt irgendwie einfach. Einfach, aber... Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann schon mal... Oder ich sag schon mal, wir sehen uns dann schon mal in der nächsten Folge. Ähm. You get Chameleons Ding. Ja, schon. Also, bis zur nächsten Folge bei Mega Man Act. Ciao, ciao.